Peace Brodin! Ich konnte einfach nicht abwarten bis zu dem Video, Alte.. Oh Leute, oh Leute, Doppelpeace... Ich will mich einfach kein Mädchen haben! Hier ist wieder Zanzo, izan Zanzo, izan Zanzo, izan Zanzo Guckt mich mal an. Ich will mich einfach kein Mädchen haben! Ficken! Was ist mit den Frauen los, Alter? Ich habe alles, was Frauen wollen, jetzt ganz ehrlich mal. Ich kann es euch zeigen. Der Booster ist immer parat... ...ich hab'n Sessel, den man sogar zurück machen kann. Das bedeutet, wir könnten darauf sogar ficken! Sessel... ficken! WHAT THE FUCK... IKHAD, IKHAD, IKHAD Drei Monitore... Und... IKHAD, IKHAD Verdammt nochmal, ich hab immer Eistee parat. Verdammt nochmal, ich hab immer Eistee parat. Ich hab immer Eistee parat. Es will mich einfach kein Mädchen haben. Es will mich einfach kein Mädchen haben. Ungelogen, ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch. So vom Erscheinungsbild ist die dreimal so dick wie ein Mädchen. Äh 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 äh. Okay. Es will mich einfach kein Mädchen haben. Es will mich einfach kein Mädchen haben. Ich bereue es erstmal überhaupt nicht. Es will mich einfach kein Mädchen haben. Ich will mich einfach kein Mädchen haben. Ich will mich einfach kein Mädchen haben. Ich will mich einfach kein Mädchen haben.